wenn er bräuchte aber ein minibike damit kann man wenigstens alles umfahren nicht mehr bitte oder machst du die tür kaputt wenn du das kann das sag ich dir in der kiste müssten irgendwo sein frag mich wo wo ist ein wasser in der nähe kann er nicht hier ist ein wasserturm an der straße von dir wo bist du ach da unten da ist ein swimming pool gegen war auf dem haus halb rechts ich höre jetzt erst wie meinen stöhnt alter spieler ist ja 21 ist ich habe da was zu essen mitgebracht ich verhungere gleich weg weil das ist ehrensache ganz ehrlich das ist ehrensache hol mir mal eine flasche pommes ich verhungere ich hier das machen wir übrigens alle also machen wir alle was machen wir alle bevor sie etwas zu diskutieren für uns alle eine herzensangelegenheit also wie kann ich schon mal sagen wollte gerade sagen das mache ich doch auch jede nacht war jeder zweiter das brauche jetzt aber einen erklärungstext eine saubär community und bärbel der aldo muss ganz schön viel erklären so ich weiß ja nicht was die alle von uns denken müssen wie sieht es aus mit konkret haben wir soweit bist du noch grünen am hast du hat sich erledigt und gelevelt endlich endlich mal gelevelt auf der straße nach süden ich habe hier gerade nur so eine nackte frau hinter mir herrennen okay groupies eigentlich dass ich das nicht benutze das verstehe ich irgendwie nicht Ja was? Zigarre? Was habt ihr jetzt gedacht? So, ich mach jetzt haufenweise Getränke. Du machst Haufen? Ich mach Haufen, was die los ist. Ich mach alles in die Getränke. Ja, ich hab gerade auch ein paar Getränke angelassen. So, da kann niemand was zu sagen. Ahn, du machst die aber nicht in der neuen Basis, oder? Deswegen bin ich ja extra rübergegangen. Er macht die in der neuen Basis. Achso, da war ja was. Nimm mal deinen Glimmstängel da und geh mal raus da. Warum Ahn und ich nur Dritter geworden sind, Ahn, der macht so Sachen immer mit Absicht. Er ist so wie beim Hardcore-Event, diese Predators oder sowas. Er ist ja Predator von Aldo. Ich sag mal, Ausrufezeichen Multi, dann könnt ihr auch ansehen, wie er extra Weiber zu uns bringt. Fünf, vier, so. Ich hab aber fünfmal gefragt gehabt, wo ihr das Kämpfe eingestellt habt. Drüben. So, jetzt machen wir erst mal Päuschen hier, so fünf Minuten und dann, äh, oder zehn. Machen wir die nächsten drei. Hallo, was war das? Drei, vier. Ich brauch was zu essen. Bin ich einfach gestorben und hat mich alle getötet von euch. Ich brauch was zu essen. Frag mal Ahn, der ist doch Predator. Aber warte, äh, naja, ich weiß nicht. Doch, Proxy hat einen Spielerkill mehr getriegt. Also, ich wär... Vorsichtig. Er steht nur gestorben, keine Ahnung. Ähm, Native? Jo? Schießt du noch beim Kämpfeier? Nee. Wer ist denn jetzt bei mir hier? Ach, guck, bevor ihr Pfeile herstellt, ich hab 400 Pfeilspitzen einschaffen. Weil dann reißen wir das Kämpfeier wieder ab. Also, ne? Ja, Pfeile wären cool. Wenn ihr Pfeile herstellen würdet, äh, würde ich mir gerne einfach welche rausnehmen. Ja, wie gesagt, äh, ich klopf noch ein bisschen Eisen weg. Okay, meine Axt hat sich grad verabschiedet. So, Tag 4. Naja, gehen wir gleich nochmal hier hin. Wir haben noch nicht einmal, äh, so richtig Spikes gemacht. Fällt mir mal so auf. Hm. Hast recht. Auch wenn die beim letzten Mal nicht all wirklich allzu viel abgehalten haben. Ich weiß auch nicht, ob es viel Sinn macht. Äh, außer für die Schreier. Du willst gar nicht wissen, was die abgehalten haben. Ach, übrigens, wenn ihr Banditen habt, dann kriegt die. Was? Da kriegt man gut Fleisch raus. Echt? Kann man das essen? Ja, ich hab fünf Fleisch rausgekriegt aus dem Weinband. Ja, hast du die auch gebraten und gegessen? Ich hab schon mehrere Banditen gegessen, ja. Du hast mehrere Banditen gegessen, okay. Oh Gott, färbt das irgendwie ab, oder? Warte, 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 warte. Wo bist du, wo bist du? Du weißt nicht, ob das abwerbt. Wo bin ich? Auf dem Dach? Wo vorhin auch? Oh, da ist er. Das, Thomas, eigentlich müsste ich jetzt gleich sterben gehen, ne? Meinst du, warum? Ich geh mal sterben. Ja. Elefantenfriedhof, oder was? Ja, den Militärkämpfer hat der schon gewesen, ne? Naja. Ja, Enke. Such mir lieber einen Krankenhaus. Okay, die Minen funktionieren noch. Ich bräuchte Athletics 10. Hab ich Öff. Äh, will der mich jetzt ver... Ich brauch drei Punkte mehr, um nix. Tum, 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 tum. Ich hab Hunger. Dann iss was. Ich hab nix da zum Essen. Irgendwo in der Stadt essen in der Wüste, da kannst du die Ucker sammeln. Wollte kurz sagen, wie man... Wo ist denn das? War, wo ich bin. Äh, da hinten. Okay, dann komm ich mal da rüber. Aber es wird nämlich langsam eng hier. Mit Hunger. Äh, haben wir nur so wenig Wassergläser? Oder? Ja. Aha. Ja, klar. Hier. Ach du, Kack. Irgendwo waren doch eben 40 oder so. Ja, ja. Die nehmen ich gleich mal mit rüber. Ja, damit das klar ist. Ich komm mal Richtung Native. Äh, das nehmen wir noch mit. Hifumo, grüß dich. Hop, 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 hop. So, ein Mognitoos. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ho, ho, ho. Hallo, Novell. Nehmen wir das mit, dann nehmen wir das mit. So, ich loote, äh, noch am Midi-Tech-Camp. Wie sieht's eigentlich aus mit Clay und so? Wegen Cubble Stones? Ja. Für Info, wie weit's mit, ähm, Concrete ist. Noch ein Level Construction Tools brauche ich. Ähm, ich brauche noch zwei Level in, einen Moment, einen Moment, einen Moment. Und, da muss ich hin. Ah, Wüste. Ein Level in Construction Tools, zwei Level in Tool Mining. Mining und ein Level in Science. Also, Tag 5, Mittag, ungefähr, bis es gut läuft. An sich fehlen mir nur noch die Skill-Punkte. Und ein oder zwei Level. Wird's welche haben? Hehehe. Hä? Willst du tauschen? Mit was? Was hast du zu bieten? Oh. Was ich nicht schon besitze. Zwei, zwei Duct-Tape. Uhu. Uhu. You can repair anything with Duct-Tape. Also, ich hab, ich hab Wasser am Essen. Und du? Oh, ich hab blaue Pillen. Wer braucht? Oh. 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 Ich hol Aloe, geh ich mal noch holen. Oh. Hast du jetzt wirklich einen? Und wenn es heute nicht bei euch funktioniert, dann geht es um Argen. Der hat blaue Pillen. Irgendwie in der, echt? Oh, cool. Dann kann ich wenigstens mal wieder richtig laufen. Mit blauen Pillen. Ja. Eigentlich ist normalerweise das Gegenteil der Fall. Da kann man eher schlechter laufen, ne? So auf drei Beinen geht das schlecht. Und ich stelle uns ein paar Pfeile her. Bist auch du zu schwach zum Laufen? Ja, ich hab noch fünf. Ein paar blaue Pillen schaffen dir ein drittes Bein. Ich stelle jetzt erst mal 222 Pfeile her und mehr, 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 mehr Federn hab ich grad nicht. Die restlichen Pfeilspitzen sind in der Küste. Ich kann immer Federn geben. In der Milchküste vorne sind es 250 bis 350 Pfeile. Übrigens hab ich schon mal erwähnt, dass die letzten 20 Minuten über 40 FPS bei mir waren. Ich hab keine Low Frames mehr. Ich fiel mir jetzt mal so nebenbei auf. Irgendwann ist anders als ihm. Das Spiel hat mich gerade um 200 Pfeilspitzen beschissen. What? Ist ja voll dreckig, das Spiel. Ich hab abgebrochen und es hat mir einfach nur die Feder zurückgegeben. Okay. Was soll denn der Mist? Ja, Gott sei Dank haben wir die Feder noch. Optimist. So, das ist sehr traurig jetzt. Okay, wir legen eine Gedenkminute ein. Ja, bitte. Für die Pfeilspitzen. Ja. Juhu, ich kann wieder... Aldo, gehst du da drüber? Ja. Schmeißt du in der Forge noch weitere Pfeilspitzen an? Ja. Make it. Make it so. Okay, Mopsi, viel Spaß. Wir sehen uns. Ihr wisst schon, dass wir noch Eisenwerkzeuge in der Kiste haben? Haufenweise. Nö. Warum hab ich so viel hergestellt? Okay, dann kann ich sofort welche holen. Dann kann ich sofort welche holen. Das hat mein Magen? Ja, das war mein Magen. Verdammt. Ich brauch was zufutter. Wollen wir mal gucken, ob da ein Mammestoffel für Action ist. Juhu Geissen. Ranch. Nicht schon wieder ein Geier. Nee, wo ist der Geier? Wo ist der Geier? Wo ist der Geier? Darum ist der Geier. Tatsächlich, hier ist er. Geier Sturzflug. So viel Action ist ja wohl gar nicht mehr. Oh doch, es geht. Hab mich schon mal wehnt, dass ich Geier hasse? Nee. Nein. Solltest du vielleicht mal. Ja, ich hasse Geier. Okay. Da müsstest du jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass jetzt nicht der Vogelschutzdienst auf dich zukommt. Tja. Ich hab ja gesagt, ich hasse sie. Nicht, dass ich sie esse. Es sind doch verrierte Elefanten, die im Kanon pfeifen. Was? Wer pfeift? Man kann nicht alles im Leben haben. Wer pfeift im Kanon? Was für Sprücher. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Mein Hamsterbonat. Oh Mann. Es ist definitiv zu warm hier drin. Oh, da könnte man Hawaii-Hanjami. Ich bräuchte mal ein bisschen. Wir könnten uns zu den komischen Sprott finden, weiter hätte es gut. Klammerbass. Na, kann, 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 kann. Ich soweit die Werkbank hat mich zu viel gepostet. Achso. Hier ist die nächste. Haben wir den Grill schon drüben? Nicht, dass ich müsste. Nee, ich glaube nicht. Dann bring ich es mal rüber. Aber wo ist drüben? Drüben? Na, drüben ist da drüben halt, ne? Drüben. Drüben ist doch klar, da gibt's nur einen drüben. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Hat jemand noch, äh, Eisen? Ähm, einfaches Eisen müsste eigentlich auch in der, äh, linken Müllkiste liegen. Da hab ich, äh, ganz einfaches Eisen reingeschmissen. Hat eigentlich schon mal jemand dran gedacht, Stein einzuschmelzen? Weil sonst haben wir an Tag sieben Zement. Ich müsste mal irgendwie noch Pfeile machen. Hallo Köchilein. Ach nee. War ja noch her. Ach nee. Ich muss Pfeile machen, verdammt. Ja, jetzt kam gerade, äh, ne Schreierin. Nee. Shit. Frau Schmidt. Shit. Natürlich, und genau in dem Moment, wo ich vorne dran stehe, ohne Stamina. Nichts. Jetzt hab ich so viele Fehlern, aber zu wenig Steine, oder? Na toll. Jetzt spawnen die noch mehr. Echt jetzt? Shit. Nicht gut. Ein bisschen was hab ich gerade schon reingetan. Ich müsste gleich einmal rüber, damit ich wieder Essen und Trinken mitnehmen kann. Aber ich glaube, im Moment ist es nicht gut. Ach, Mann. Das schaffst du schon, Aldor. Ja, ja. Ich höre immer nur, ich glaube an dich. Ich höre immer nur dieses Mimimi von Aldor. Echt, ey. Krieg dich einzugehen. Mimimimi. 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 Sehr gut. Dann lass ich dich mal hier, ne, so. Naja. Ich hab genug Teile einsteckt. Willst du welche? Oh, da kommt die nächste. Ach du Shit. Das hört sich ja noch ganz schön Dauerbetrieb an. Okay, die eine ist tot. Macht der hier. Tschüss. Viel Spaß dir. Ich bin da mal drüben. Schön mit euch. Oh, da kommt noch mehr. Was ist denn da los? Ey, bitte. Das sind doch schon acht oder neun Stück jetzt. Was? Neun Schreierinnen? Ich hab keine Ahnung. Ich zähl dir. Ernsthaft jetzt? Oh. Hat Proxy noch keinen Tunnel zwischen den beiden Häusern gehabt? Nö, ich hab nen Steg gebaut. Hat er noch nicht? Ja, das ist auch okay. Aber der müsste noch jemanden verstärken mit Beton, ne? Genau. Er fragt schon seit zwei Stunden nach Kabelstuhl. Ja, mindestens mal. Okay. Dann mach ich mal. Bei mir eigentlich die Zombies richten. Ich muss hier noch ein bisschen leveln, damit ich auch so ein paar Punkte krieg. Ähm. Weil nochmal so ablosen wie im PvP muss ich nicht nochmal. Ah. Mir gefallen nur die Cops nicht. Ja, mir gefallen Hunde und Cops nicht. Okay, Killer Lady. Oh, oh, hier ist ein MPC dabei. Wie gesagt, weiter gute Besserung. Und, äh. Ja. Bei der nächsten Session bist du dann auch wieder dabei, ne? Jaaa. Wir brauchen nur die D Joyce in da. Oh, oh. Also, ja. Oh, oh, hier ist nicht gut. Ich bring mal das Essen und so rüber. Ich könnte ja schon mal, öhm, Aloe machen, ne? Ich mach das gerade absichtlich. Ich mach mal Aloe-Cream. Im Vorbeilaufen. Okay. Oh mein Gott, von rechts noch ne Schreierin. Was soll denn denn? Hinter dem Haus waren auch noch zwei. Ich brauch Holz. Mist. Wenn du die haben willst. Nur eine Dosen-Suppe? Nee, eigentlich will ich sie nicht haben. Oh. Peralle. Was? Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Bei unserer normalen Phase ist gerade auch ein Bullet Spawn. Mi, 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 mi. Ich hab keine Ausdauer. Warte, ich rede dich. Könnte, könnte vielleicht an der Animierung liegen. Das kann passieren. Ach, so grüne Neude, was ist hier los? Grüne ist das Stichwort. Grüne ist das Stichwort. Ich ziehe sie weg, ich ziehe sie weg. Hat jemand den Green Lantern gerufen, oder wie der heißt? Kinder, ich schlaf gut, danke, dass du da warst. Natürlich und dafür Geräusche, die fallen mir mal nicht. Oh, ich höre den Geier schon wieder. Nein, nicht nochmal den Geier. Magst du mal vorbeikommen? Au. Geier, hau ab. Geier, hau ab. Ich will nicht schon wieder eine Infektion. Geier, hau ab. Hau ab. Ich glaube, es ist echt gesünder, wenn ich sterbe. Dann habe ich den los. Warte, lass sie. Ich knüpple sie an und dann muss sie mich gerade vorhauen. Weil ich ein Virus habe, wegen der Ausdauer. Kann der Geier nicht mal am Kaktus sterben oder so? In den Reihen fliegen oder so? Ah, äh, ja. Irgendwie, irgendwie sieht das leicht tot aus, ne? Ja. Da schießt den ja mit drauf. Wicke. Oh. Siehst du mich nicht? Nee. Unsichtbare Tritte, ne? Warte, ich, ich. Ich habe gerade schon gedacht. Ah, da. Ach, carajo. Geil, no. Hi. Na, kidai. Hast du mich auch schon wieder nicht gesehen? Ich habe einen Geier getroffen. Jippie. Okay. Den Toten haue ich noch einen Arm ab. Den Bullen will ich jetzt nicht machen. Eigentlich wollte ich ein bisschen Holz für Spikes holen, ne? Mal was anderes machen als kochen. Na? Scheiß Geier. Ey, lass die Eier im Ruhr. Wir sind gut. Na, ist ja noch ein Geier. Och, nö. Och, jetzt geht's. Nö. Geh doch kaputt. Äh, da kommt was zu dir, ne? Ja, ich sehe schon den, den Rollenskater. Moi. Och, komm. Nein. Shit. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ja, komm her. Ey. Uh. Ich brauche Pfeile. Dann. Das nenne ich Teamwork. Darf ich doch. Dieses Dreckvieh. Das Problem ist nur, wenn er den jetzt nicht abgekriegt hätte, wäre es dein Kopf gewesen. Das war wirklich scheiße knapp. Das, das ist richtig. Scheiße, ey. Aber das kennst du ja schon. Proxy ist heute besonders schlecht zu vögeln. Hm. Das hat Mausen gesagt, also Regenbogen. Du hast recht. Da war wohl Müsli im Vogelfutter, okay? Müsli im Vogelfutter, okay. Was hast du denn jetzt? Nee, 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 nee. Stirb, du Drecksgeier, du. Ja, die kriegst du locker kaputt. Nicht wirklich. Ach doch. Ach so, ich bring ja dann doch keine... Ey, ich wurstel hier zehn Minuten an einem blöden Geier rum, bis der ich... Endlich mal, wo ist denn jetzt? Oh, Kinas. Und weißt, wisst ihr, was das Interessanteste ist? Unsere alte Base, die steht kaum noch. Das ist interessant, okay, ja. Das ist eher traurig, aber interessant ist relativ. Ich treff den blöden Geier nicht. Oh, nee, nicht da noch ein Kriecher. Jetzt ist aber hier Party. Zwei Kriecher, ich glaub's nicht. Shit. Zwei Kriecher. Bruce Lee, zwei Kriecher, zwei Geier. Läuft, läuft. Bist du die Arche? Nein! Das bin ich, die Arche. Die Arche? Ich nix Arche. Das ist gar nicht gut. Ajo. Jo. Ajo, jo. Jo. Ajo. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich hab alle unsere Pfeile einstecken. Das ist schlecht. Das ist schlecht. C'est les misérables, oder so? Les misérables. Les misérables. Ja, ja. Und ich treff überhaupt nichts. Ich hab heute Zielwasser. Null. Null Zielwasser. Ich schieß drei Millimeter neben dran. Das ist noch miserabel. Fünf Pixel. Boah, sag mal. Und davon sind vier Leuchtkopf. Das gibt's nicht. Gefühlt die Zehnschreie. Bruce Lee, stirb. Wenn ich die wegziehe. Meine Güte. Aber es sind auch Ferrade dabei. Ach, das ist sehr beruhigend. Das hat zum Sagen müssen, bevor er das Angebot gemacht hat. Nein. So können wir jetzt aus der Nummer nicht mehr raus. Doch. Geh mir schon. Ich muss bloß erst mal auf dem Weg meiner Stamina noch auf. Glaub ich. Endlich mal gelevelt. Ja. Endlich tot die zwei Säcke hier. Geht das so gegen die Rente? Irgendwie hab ich hier irgendwie low trinki trinki. Das ist hier nicht gut. Nee. Gar nicht gut. Shit. Überhitzung 110. Das gibt's doch nicht, oder? Wo ist mein Rock hin? Weg. Scheiße. Auch das hört sich sehr gut an, wenn einer erwachsener Mann sagt, wo ist mein Rock? Ja, hallo. Ich bin doch Schotte hier. Wer ist das hier? Außerdem ist mein Ava weiblich. Ich bin über... Boah. Wer ist das hier? Scheiße. Ich seh dich ja nicht. Scheiße. Achso. Deswegen frage ich. Ah. Ja, cool. Das ist jetzt gerade sehr schlecht. 112 Grad. Ich sterbe. Du sollst ja auch nicht schießen. Du sollst ja deinen komischen Rucksack holen. Achso. Ohohoho. Hä? Da schießt jemand. Scheiße. Das war nicht ich. Oh nee, das geht immer aus. Ich hab mir nicht aufgepasst. Ich hab mir aufgepasst. Ey, die Horde hat sich verlogen. Scheiße. Ah, ich würde das nicht so laut sagen. Los, kühl ab, du. Jetzt seh ich nichts. Scheiße. Oder stehen die alle im raus? Ah. Das war echt knapp. Halleluja. Also, es stehen auch immer nach und nach welche auf. Gehst du? Sie hat wieder geschrien. Die will ich nie dann machen. Alter Schwede. Och komm. Ich hab nix zum reparieren. Was brauche ich denn zum reparieren hier? Hallo? Scheiße. Eine tote Schreierin ist eine gute Schreierin. Ich hab kein Holz mehr. Och, ne Schaufel. Schaufel liegt oben drin. 100er Steinschaufeln. Ich bin im anderen Gebäude. Ja, das hast du noch mal rüber. Hier ist noch irgendwo einer. Warte, warte, warte. Ich bin ein Stückchen weg, aber ich komme in deine Richtung. Hast du eine dabei? Holy shit. Sättest du ein paar rüber rum, weil ich mach gerade Koppelstorn. Ja, ich geh rüber und hol. Oh. Super, danke dir. Da kann ich auch mein Holz wegbringen. So. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Nicht gut. Bist auf den Hunger, ja? Ich brauche nur noch einen Punkt in Science und einen in meine... Alter Schwede. Was für ein Krampf. Jetzt sammle ich mal schnell noch Aloe und noch Yucca. Ich bin noch ziemlich weit vom Schuss abgekommen, Mio. Äh. Ah, hier ist noch eine Schreierin. Ja. Und hierher... Aber hab ich dir das nicht erzählt? Da war doch was. Hab ich das wohl vergessen? Ups. Na sowas. Ja, da vorne ist noch eine Schreierin, ne? Hi Mr. Boone. Jetzt ist keine Schreierin mehr da. Das ist gut. Hat sie geschrien? Ich hab nix gehört. Wenn, dann war's ein leiser Schrei. Ein stummer Schrei nach Liebe. Auch ein leiser Schrei. Oh, ein leiser Schrei. Das ist wie mit dem... Ein leiser Furz kann härter sein als... Was? Hä? Die Schleicher sind die fiesesten. Das ist schön, Mr. Boone. Wenn du jetzt wieder aktiv dabei... ...an Twitch teilnehmen kannst. Äh, warum wird denn hier so dunkel auf einmal? Gibt es hier neuerdings... ...Sandstürme oder was? Äh, ich komm mal Richtung... ...Nach Hause. Das ist gut. Achso, ich muss dazu ahnen, Mensch. Wäre jetzt halt nur blöd, wenn ich draufgehen würde. Ich mach die Federn mal unten hin. Und die Jucker mal oben hin. Die Frames kann man ersetzen. Werksbank steht. Guten Appetit, Will. Was? Die Weltbank steht? Die Weltbank. Guten Appetit, Will. Guten Appetit, Will. Nehmen wir mal Kredit auf. Wo sind wir nie überhaupt? Da ist Home Sweet Home, okay. Puh. Eigentlich müssten wir... Ach du Scheiße, Schreierin. Schreierin, Schreierin, Schreierin. Direkt bei mir. Direkt bei mir. Direkt vor der Nase. Scheiße. Und ein Spucker. Ich bin weg. Ah, okay. Oh, da kenn ich noch jemanden, der das... Scheiße. Oh. Was schießt denn? Schießt doch nicht auf mich. Wo war ich eine Frau, denn? Wie viel frisst die? Ach, scheiße, Hunde. Ich bin tot. Oh, Piss. Und noch eine Schreierin. Scheiße. Ich sterbe. Ich sterbe. Ja, ich habe... Ja, guck doch auf den Plan. Ich kann nicht gerade gucken, wo ich bin. Ich habe keine Stamina mehr, verdammt. Was bist du denn? Und tot. Also gegen drei Hunde, zwei Schreierinnen und keine Stamina wird es ein bisschen schwierig. Mit 72, 75. Ich habe... Ähm, 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 jetzt habe ich einen... Fuck. Danke. Viel Spaß. Fuck. Gut, lach. Ich brauche meinen Rucksack wieder. Oder nehme einer von euch von mir aus mit zwei Leuten. Ich habe die dreimal getroffen. Und dann kam auch schon die nächste entgegen. Äh, Arnd, brauchst du noch meine Hilfe immer noch? Fällt mir gerade so ein? Äh, ich habe mir jetzt gerade eine gebastelt. Ich habe mir jetzt auch eine Hunderter gemacht. Okay. Ach, ach so. Ich wusste jetzt nicht, wie lange du da... Was macht denn der so lange hier? Ich war ziemlich weit weg gewesen und habe mich... Komm, Hundi, Hundi, Hundi. Komm, Hundi, Hundi, Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Aber immerhin habe ich 111 Fehlern gerettet und 50 Jucca. Komm, Hundi, Hundi, Hundi. Wo ist denn hier Essen? Da ist Essen. Shit. Man merkt, du hast keine Hunde, Ayo, oder? Äh, Hundi, Hundi. Ich liebe Hunde. Aus 1000 Meter Entfernung. Komm, Hundi, Hundi, Hundi. Meine ganzen Pfeile sind weg. Wir waren, glaube ich, noch 40 oder so oder 50. Shit. Was, Hundi, Hundi, Hundi? Oh, klar. Weißt schon. Ich renne vor Hunden weg und... Äh, haben wir irgendwo noch... Oh mein Gott. Iron Arrowhead. Na, was ist mit Gott jetzt? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich habe einen leuchtenden und Hunde am Arsch. Ganz in die Hunde. Ich renne Richtung Basis. Du hast nicht zufällig... Doch, du hattest zufällig die von mir. Das waren meine Begrüßungs-Komitee-Leute. Hast du. Äh. Jetzt lauf doch nicht in meine Richtung. Oh Mann. Wir haben auch gleich die Leute Richtung mir. Sieht, Junge. Ich könnte kaum wieder wehen. Ich müsste jetzt mal kurz meinen Rucksack holen gehen. Sonst ist der gleich weg. Oh, oh. Oh, da ist ein Leuchti. Ja, ich sehe den Leuchti. Ach, welchen davon? Den Watscheldatschel-Leuchti. Okay. Oh, der geht gerade in den Spikes. Den Spucker sehe ich da hinten. Aber ich hätte dann schon gern mal ein Zeug wieder. Ich gehe mal hoch. Jetzt langsam eng um die Uhrzeit. Schüttel. Der Leuchten-Spucker kommt auch hier hin. Ja, hoffentlich nicht hoch. Shit. Das ist nicht gut. Ich würde sagen, ich bin hier oben einfach mal ruhig und dann... Nicht da, nicht da. Ich bin Hante, verdammt. Ach, ich bin tot. Ach, das geht mir auch im Sack, dieses Scheißbluten, Alter. Boah, ich hatte gerade einen Fußanfall meines Lebens. Aber wenn ich Verbände dabei habe, dann gut dich nie. Ja, dann solltest du vielleicht wirklich Verbände mitnehmen. Nee, dann ist das wieder so ein Slot, der unnötig belegt ist, weißt du? Nee. Ah, okay. Verstehe, was du mir damit sagen willst. Wo ist er denn da? Äh. Wachst du? Bist du unten? Ich bin hinter, hinter Ayo. Auf dem Dach oben. Dann zieh dich mal aus, bitte. Ah, okay. Weil du liegst bei mir noch im Bett. Okay, was du Glück hast, dass ich nur einen Hut anhabe. Wow. Ja, ich bin heiß, ich weiß, ich sag doch. Stell dir vor, du würdest hier irgendwo auf der Seite stehen mitschießen und jemand würde hinter dir stehen und auch noch drauf schießen. Stell dir vor, ich wäre nackt, dann hätte ich keinen Hut ausziehen können. Ja, das sah gut aus. Das war jetzt aber nicht ein Volltreffer, oder? Wenn er gleich umfällt, dann schon. Okay. Und was mit dem da unten? Oh, was ist er denn? Oh, was hat er denn? Oh, was hat er denn? Oh, was hat er denn? Shit. Meine ganz bescheine Frage, ihr habt jetzt nicht die... Der hat da unten schon... Der hat da unten schon alles Ausnahme genommen, verdammt. Äh, nicht wir. Wie wir. Sorry, ich musste gerade zur Base rennen, weil ich gerade den Boost-Anfall meines Lebens hatte. Äh. Kurz vorm Krepieren war. Ja. Das ist schön, hier fehlt irgendwie eine Hedge, Quatsch, eine Leather. Der Bulle ist im Nachtbauhaus. Ja, ich hab's gesehen. Der ist auch bei uns unten schon ordentlich durchger... Wie heißt das? Gerusht. Oh, und wir haben den Leuchttrallen im Baus spielen. Ja, ich weiß. Okay. Das ist wie Weihnachten. Bleib draußen, Karatscho. 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 Versuchen, wieder wegzuziehen. Okay. Dann... Also nicht aufschießen, solange ruhig ist. Immerhin bin ich wieder undetected. Du hast einen Pfeil in der Kniekehle stecken, Aldo. Ja, das ist so Mode. Ah, okay. Nee, es ist dein... Es ist dein Bogen, der hängt irgendwie... Hängt der Pfeil komisch drin. Ähm, okay, jetzt hab ich zwei von diesen Typen an der Backe. Nett. Einer links, einer rechts, einen fallen lassen. Hilfe. Weg da, geh weg da. Jetzt kann ich dir aber auch nicht mehr. Hört sich nicht gut an. Der hat sehr viel Bauchschmerzen, der Typ. Doch, warte. Militärgelände. Ja, spreng sie. Das war jetzt ein halber Tatscher, ne? Das war scheiße. Ja, weißt du, was noch viel scheißer ist? Ich muss dann mal ganz früh morgens raus und meinen Rucksack holen. Wie kann denn der nur auf mich gewesen sein? Boah. Da war... Uppsala. Da war wieder... ...zombie, äh, quatsch, ein NPC ohne Waffe gewesen. Und da hab ich mir gedacht, äh... Den mach ich doch mal kalt. Und der kommt doch von hinten. Ah. Was dann? Ja. Der Sprucker. Hi, Nater. Wie spät hat man denn jetzt in-game? 22, 11. 22, 20 Uhr... ...13. Das ist nicht gut. 17. Wer ist noch? Wo seid ihr denn? Ach so. Ich bin nämlich wieder auf mein Lieblingsdach gestrohen. Ach so, ja. Sack noch nicht rüber, ne? Ja, dann würde ich mich da still verhalten. Ja. Könnt ihr auch versuchen, zu euch rüber zu rennen. Hab ich in meinem Rucksack. Tada. Ich brauch hier, ne? Diesen Schnüffelkleber. Ja, ja. Schnüffelkleber. Ja, dann hast du wieder deinen Rucksack nicht ordnungswillig gepackt für die Apokalypse. Da finde ich nicht in Ordnung von dir an. Wir sind alles durchgegangen, was alles bei dir sein soll. Sorry, also ich... Der ist unten, ne? Kann das sein? Der kotzt uns die ganze Etage unten weg. Nicht gut. Nicht gut. Jawel. Danke nochmal für alles, ne? Ja, der ist da unten. Scheiße. Und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ja, spuckt mich ruhig an, du Fettsack, du. Ach so, und grüß von uns. Gehen wir von uns einen in den Affen, ne? Oh ja, grüß den schön. Die werden mich hassen. Wieso? Okay, ihr werdet mich nicht hassen. Scheiße, da unten ist schon die Hälfte weg. Käpt'n, bei dir ist eine Streitussi, oder? Ja, bei mir ist eine Streitussi. Lauf. Weg. Das war ja sogar. Ich hab kaum Energie. Und? Du kommst jetzt auch nicht zu uns, oder? Ne, ich... Deswegen sagte ich ja, ihr werdet mich hassen. Okay. Ach, jetzt liebe ich dich, du bist gestorben. Bleib noch kurz aufzuschießen, ich versuche ihn wegzuziehen. Okay. Wollte grad sagen, lass die mal irgendwie weiter weg. Ich hab nur 26 Leben, von daher. Irgendwas hat sich grad geknallt. Mit viel Glück kam da... Ist ein bisschen... Ist gestorben davon? Scheiße, ey. Habt ihr gedacht, ich krieg's ja... Also wir müssen auf jeden Fall den Steg verstärken, sonst ist das Ding nach zwei Sekunden weg. Ja, solltest du, genau. Aber ich brauch erstmal meinen Rucksack. Gut, ich werde hier dann doch lieber stehen bleiben. Nicht nochmal probieren. Ja, ha mal die Nacht da aus. Dann nütze ich die, um nochmal eine zu rauchen. Äh, wir machen die gleich. Ende. Es hat wirklich keiner mehr Kleber? Nö. Äh, nicht. Klar, sonst hätte ich uns jetzt ein paar Armbrustchen gebaffen. Also ich hatte, glaube ich, vier oder so in meinem Rucksack. Ach ja, hab ich gesagt, Armbrust könnte ich auch... Warum kommst du mit dieser Information immer erst dann, wenn einer schon bereits mit hat und das gerade bauen will? Ja, ne? Das ist wie früher in der Schule so, Frau Lehrerin, ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Ja, ich übrigens hab sie schon vorher fertig. Armbrüste sind für mich so ein bisschen sekundär. Wie, Brüste sind für dich sekundär? Das ist ja fast schon philosophisch. Die sind dann schon eher primär. Ach so. Echt? Okay. Ich hab grad die ganze Zeit überlegt, was wird hier geredet? Ich hab nämlich nicht richtig zugehört. Ich höre Brüste, ich höre Arn und hab mir gedacht, was, die Arnbrüste? Arns Brüste, ja, genau. Arn? Was ist ein Arnsbrüste? Ja? Die sind sekundär. Stell dich mal hier drauf, bitte. Ich will ein Foto von ihm machen. Wieso? Wieso? So viel ist da nicht. Es ist aber schon klar, dass du auch einen Rock trägst und dabei noch Cowboy-Stiefel, ne? Ja, also wenn dir einer nach dem Preis gefragt wird, dann du. Heißt das nicht Cross-Tresser oder so? Armsekundär, Brust primär. Aber dann baut mal ruhig ein paar Arnbrüste. Genau. Ich muss mal, ich muss mal gerade abschicken. Äh, Ayo? Ja? Kommst du gleich noch in Sicherheit? Ähm, wird schwierig. Er rennt zumindest mal unweit vom Haus entfernt oder so. Du hast noch anderthalb Ingame-Stunden, um in Sicherheit zu kommen. Wenn ihr da einen Leuchtkorb haben wollt, dann ja. Ah, okay. Dann stirb doch einfach. Das kriegst du dir nicht abgeschüttet? Bei sechs kommst du ja nicht mehr drauf an, ob es nachher sieben sind, oder? Also, euch ist klar, uns gehen irgendwann die Häuser hier aus, ne? Ja, ja. Hast du alles Wichtige im Gürtel? So ein paar sind da noch. In sich? Nein. Also, ich habe 349 Pflastersteine, wenn die eine haben. Oh, okay. Wie native schon wieder abgeht, Alter, wie viele Zombies und, äh, linkser Bumse, er tötet hier. Aber hallo, 62, alter Schwede. Äh, 90 ist besser. Ja. Ihr beide nehmt euch nicht viel. Oh, da spuckt's. Das ist nicht gut. Ajo, 72 zu 10. Ich mache jetzt mal neue Bogen. Ich mache keinen neuen Bogen. Erklärt mir mal, warum ich derjenige bin mit den meisten Tonnen. Oh, der Polizist ist hier noch. Ja, ich habe es nicht gekriegt. Das weiß ich ja nicht. Ihr spuckt uns jetzt alle tot. Du, lass den Polizisten da bleiben. Lass dich einfach nicht blicken. Und... Der macht alles kaputt da unten. Ich loge ihn weg. Nein, das Auto im Weg. Oh, wow, 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 wow. Das ist das Auto voll. Das hat er einfach nicht blicken lassen. Und dann, äh, gehen die nach und nach nicht mehr auf die Saus. Der ist hinter mir. Ich stehe natürlich auch. Du hast ja nicht mal einen Rock an, das ist ja dann meine... Soll ich meine Keule raus, oder? Boah. Noch eine Schreierin, super. Was hast du denn? Schreierin haben wir jetzt auch noch. Also ich glaube, wir würden jetzt besser irgendwie... Das ist ein Jagdbewehr, ja, ne? Sonst artet das aus, die Nacht hier. Oh, na ja, okay. Ich sag ja einfach unten nicht mehr blicken lassen. So, das heißt jetzt in einer halben Stunde Ende. Ja, zwei Uhr. Damit man wieder sporen kann. Wunderbar. Ja, wie gesagt, an sich... Ähm, Zement ist ready. Okay. Pflastersteine habe ich auch. Hm? Was heißt an sich? Das heißt an sich. Zement ist ready. Wir haben Zement oder wir haben keinen? Ich brauche nur noch die zehn Scale Points. Ja, die kriegst du noch. Ja, die kriegst du noch. Ja, die Pflastersteine? Oder darf ich sie alle an den Kopf schmeißen? Was sind denn Pflastersteine? Cobblestone. Ach, das sind Pflastersteine. Ja. Ach so. Wo spielst du denn schon Seven Days? Wie lange spiele ich Seven Days auf Deutsch? Never. Never ever auf Deutsch. So, ich fange dann schon mal an, runter zu gehen vom Server. Okay, ich fange dann nicht nur an, ich mache dann auch Schluss. Guck doch mal, wen du zusammen...